Friedrich Nietzsche Das Leben soll uns beruhigen Wenn man, wie der Denker, für gewöhnlich in dem großen Strome des Gedankens und Gefühls lebt und selbst unsere Träume in der Nacht diesem Strome folgen, so begehrt man vom Leben Beruhigung und Stille, während andere gerade vom Leben ausruhen wollen, wenn sie sich der Meditation übergeben.